Herzlich willkommen auf Consutec. In diesem Video geht es um die besten Garming Mainboards. Der Qualitätssieger in unserem Garming Mainboard Test geht an das ASUS Prime Z590. ASUS AI Overclocking ist ein intelligentes Utility, das Ihnen dabei hilft, das Optimum aus Ihrem System herauszuholen. ASUS AI Cooling verwaltet und steuert die an das Mainboard angeschlossenen Lüfter automatisch, um auf Basis der aktuellen Systemlast und Temperatur die bestmöglichen Einstellungen zu erzielen. Eine stabile Stromversorgung ist entscheidend, um das letzte Fünkchen Leistung aus den Intel Core Prozessoren der 11. Generation herauszuholen. Das Prime Z590A ist auf die Anforderungen dieser High-Core CPU spezialisiert. Zwei Masse VRM Kühlkörper und spezielle Thermalpads verbessern die Wärmeableitung der MOSFET und Spulen. Das Ergebnis ist eine höhere Kühlleistung. Eine mitgelieferte Lüfterhalterung bietet zusätzliche Kühloptionen. Zwei M.2 Kühlkörper unterstützen die 3M2 Steckplätze und verhindern temperaturbedingte Drosselungen, die bei M.2 Speicher während längeren Datentransfers auftreten können. Die ASUS Z590 Mainboards wurden speziell für Intel Core CPU der 11. Generation entwickelt und bieten PCIe 4.0 Konnektivität für die neuesten GPUs. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das ASUS ROG Strix B550F. Das ROG Strix B550F Garming verfügt über zwei M.2 Steckplätze, von denen einer den neuesten PCIe 4.0 Standard unterstützt. Das Ergebnis ist eine maximale Speicherflexibilität und die höchsten Übertragungsgeschwindigkeiten, die über die AMD Riezen Plattform der dritten Generation verfügbar sind. Das integrierte Wi-Fi 6 bietet ultraschnelle Wireless-Geschwindigkeiten, eine verbesserte Kapazität und mehr Leistung in stark ausgelasteten WLAN-Umgebungen, um ein außergewöhnliches Online-Spielerlebnis zu ermöglichen. Two-Way-Ri Noise Cancelling Dieses Utility nutzt eine umfangreiche Deep Learning Datenbank, um Hintergrundgeräusche des Mikrofons und eingehende Audiosignale zu reduzieren und gleichzeitig die gesprochenen Stimmen zu erhalten. Das ROG Strix B550F Garming verkörpert den Geist von ROG mit einer beeindruckenden Optik, einschließlich des veränderten ROG Eye Logos der nächsten Generation und dem vertieften Cybertext-Muster, das auf die Anschlussblende graviert wurde. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Garming Mainboard-Test ist das MS-IMPG B550. Der neue PCIe und M.2 Standard der vierten Generation maximiert Übertragungsgeschwindigkeiten mit einer Bandbreite bis zu 64 GB pro Sekunde. Höhere Leistung führt zu höheren Temperaturen. Damit Garming-Enthusiasten maximale Leistung aus ihrem System holen können, sorgen die Aluminium-Abdeckung, das 7 Watt-MK-Wärmeleitpad sowie der M.2 Shield-Frosa durch optimale Kühlung für stabile Performance. Genieße alle Vorteile des reversiblen USB-Typ-C-Anschlusses und verbinde mühelos zahlreiche Geräte. Die Core-Boost-Technik kombiniert ausgeklügeltes Layout und optimierte Stromversorgung, sodass der Prozessor stets mit genügend Strom beliefert wird. Mit der bereits befestigten I.O. Abdeckung ist der Einbau des Motherboards um einiges einfacher und sicherer. Personalisiere und verändere die Farbgebung deines PC mit Mystic Light. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.